Hallo, ich stehe hier in Schweden, Helsingborg und das ist hier die Entwicklung Oceanham, direkt am Hafen, wie man sieht. Und das ist eine Neubausiedlung, die halt zum großen Teil Wohngebäude hat. Und diese Wohngebäude haben das Abwassersystem mit Vakuum-Toiletten, wo das Vakuum-Toiletten-Abwasser getrennt erfasst wird und wo dann halt eine Düngerverarbeitung gemacht wird. Basiert auf den Entwicklungen, die ich vor 20 Jahren ungefähr in Lübeck gemacht habe. Hier ist das jetzt sehr groß. Hier hinten wird auch noch erweitert. Links von dem Kran ist noch ein Erweiterungsgebiet. Das wird ziemlich groß. Und ich habe eben schon mal mit einem Bewohner gesprochen und zumindest derjenige war zufrieden mit dem System bis auf den Lärm, der nachts ist. Aber wie so viele wird halt nach dem Pinkel nicht gespült. So hat man dann diese Lärmbelastung nicht. Und ansonsten wird man sehen, was sich hier entwickelt. Natürlich ist hier viel Forschung auch in der Begleitung und man wird sehen, was hier alles so rauskommt. Und das war es soweit hier mit dieser Entwicklung Oceanham, Helsingborg, Schweden.